Liebe Luisa, liebe Melek, wir freuen uns, denn ihr seid unsere ersten Kandidaten bei unserer Just Dance Real Life Challenge. Und hier ist unsere Herausforderung. Ihr könnt einen Song nach eurer Wahl von Just Dance 2020 tanzen, verkleidet als Ilja und Arben und das Ganze tanzt ihr in einem Shoppingcenter. Viel Spaß! Und wir nehmen eure Challenge natürlich auch sehr gerne an. Wir freuen uns schon. Hallo meine Lieben und herzlich willkommen zu einem neuen Video. Heute machen wir die Just Dance Real Life Challenge. Wir wurden herausgefordert von Ilja und Arben. Melek ist Arben. Und ich bin Ilja. Und jetzt geht's los! ts Boaaii! work Untertitelung des ZDF, 2020 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 Untertitelung des ZDF, 2020